Herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man Windows 10 schöner macht. Zuerst gehen wir auf den Browser. Dann geben wir diese Adresse ein. Das ist jetzt schon eine ausgewählte Textur. Jetzt kann man sich aussuchen, welche man will, welche Textur und so weiter. Ja, es gibt manche Schöne, manche nicht so Schöne. Also was ich immer wollte, ist das hier. Das WatchOS-Theme. Also ein richtig schönes, richtig schöne Thema von einem Mac. Ja, der Download-Button ist dann hier. Ich habe das aber schon runtergeladen. Es befindet sich bei mir im Download-Button. Ich habe zwei Themen. Einmal das und einmal das. Und bevor man das überhaupt kann, muss ich, ja, einmal diese Flash-Datei. Nach dieser Installation kann man jedes Thema, die man will, auf den Rechner ziehen und dann, ja, dann Ausführungen benutzen. Erstmal installieren, wie ganz gewöhnlich. Wenn man hier spenden will, kann man auch hier spenden, ne. Ja, ja, Finish. Und dann, als nächstes, zwei Themen habe ich jetzt ausgewählt. Geht hier Windows. Und dann, ganz nach unten zu, Ressources, Ressources, dieser Ordner. Und dann steht hier der Ordner-Themes. Thames oder so. Ja, dann sind hier schon die Themen drin, die man bestand benutzt. Und dann kann man die Themen, die man will, muss man einfach hier rein kopieren. Gut. Ja, dann hat man hier seine Themen. Dann muss man sich nur noch anklicken, öffnen. Und dann einen Moment Geduld. Und das war's. Dann hat man seine Themen, also was man wollte, haben. Und die andere kann ich euch auch noch zeigen. In schwarz aber. Was mir nicht so gut gefällt. Also kann man sich jetzt ausführen. Meine Lieben. Als Verliegnungsthema. Ja, danke fürs Zuschauen und das war's auch schon. Auf Wiedersehen. Tschüss.